Jesus verbindet. Unter diesem Motto begingen 9000 Christen in ganz Baden-Württemberg den Christustag. Auch die Reutlinger Christuskirche war in Fronleichnam gut gefüllt. So war sie Ort für Gottesdienste, Bibelarbeiten und Gesprächsrunden. Natürlich durfte an so einem Tag auch die Musik nicht fehlen. Die Christustagsband unter der Leitung von Sephora Nelson gab neben anderen Stücken zwei extra für diesen Tag geschriebene Lieder zum Besten. Jedes Jahr an Fronleichnam haben Christen die Möglichkeit am Christustag teilzunehmen um Freunde zu treffen, die Bibel zu studieren oder einfach ihren Glauben auszuleben.